So, weiter geht's diesmal mit Manga und, oder Monga, Monga, äh, mit Monga und, äh, ähm, hier Dings, sag mir, äh, Light Novels, ähm, nicht viel Light Novels, die anderen sind im anderen Schrank, den da, aber da kommen wir noch später dazu, ganz viel später, das wird, Gott, das wird so lange dauern, ein Glück habe ich in den nächsten paar Tagen etwas eigene Ruhezeit und dann kann ich das wunderschön machen, da störe auch keinen dabei, wunderbar, so, ähm, ihr seht schon, hier die Reihe, äh, ja, hier waren Döster, oh Gott, das darf ich gar nicht sagen, das tut den Sammlerherzen weh, aber, nee, keine Sorge, ich habe das alles so perfekt platziert, dass nichts geknickt wird und, ja, ähm, das könnt ihr mir jetzt glauben oder nicht, ähm, ich mag's halt, wenn meine Manga und meine, meine Sachen, die ich habe, einfach ein bisschen gebraucht aussehen, ich mag das, ich hasse es, wenn die so perfekt sind, wenn man sie kauft, okay, cool, das ist, das sollte gegeben sein, aber, äh, so, wenn ich so gebrauchte kaufe, und die sind noch so neu, da habe ich immer das Gefühl, warte mal, haben die die überhaupt gelesen, die sind nicht verbogen und gar nichts, die haben einfach noch einen perfekten Stand, nee, finde ich grausam, diese Manga Bags, nee, sind nicht für, wenn es für euch was ist, ist cool, für mich, meh, ich brauche das, ich brauche das einfach, da muss, da muss hier irgendwie so genau sowas, ja, super, genau sowas, das muss bei mir sein, die Kanten so ein bisschen abgenutzt, super, so muss das, so, aber genug geschwärmt, das ist Peach Girl, jetzt denken sie viele, Peach Girl, wo ist Mario, oder was, nee, äh, das ist eine alte Serie aus, kann man mal zeigen, oh, ups, so rum, äh, muss man so rum zeigen, ist eine alte Serie aus, ähm, ja, äh, aus Manga Power, genau, und, ähm, war natürlich, Manga Power war immer so ein bisschen, war nicht so wie die Bansai, sondern, ähm, hat immer so ein bisschen probiert, ein bisschen was für Mädels, ein bisschen was für die Jungs, so halbe, halbe, so wie die Manga Twister es später dann nochmal gemacht hat, war ja, Manga Power, Manga Twister, ist ja die gleiche quasi, ähm, aber dazu habe ich ein, Entschuldigung, aber dazu habe ich ja ein Video gemacht, ein Podcast, äh, müsste man mal auch verlinken, irgendwo unten, und, 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 alles in der Videobeschreibung, was ich erwähne irgendwie, und nicht vergesse, ansonsten erinnert mich dran, sagt, ey, du hast das und das vergessen zu verlinken in die Beschreibung, dann mache ich das sofort, ähm, hier, so, äh, Peach Girl, ja, äh, das coole ist ja, ähm, und ich habe das damals schon immer mal immer so ein bisschen in der Manga Power nachverfolgt und so, aber irgendwie, äh, äh, I am a man, why do I watch girls having girls problem and beautiful men looking beautiful and novo edgy, why do I have to do that? und dann habe ich mir gedacht, nee, dann mache ich nicht, lese lieber Hunter X Hunter, okay, so, man könnte jetzt argumentieren, dass Hunter X Hunter auch keine Frauen hat immer, ja, hat wenigstens Gewalt gehabt, Gewalt, und, äh, damals war sowas halt cool, ich habe damals auch noch Naruto gelesen, ich fand damals, ich hatte damals einfach Banzai und das hat mir gereicht, so, Peach Girl ist halt wirklich Jojo, aber weiß nicht, Peach Girl hat sowas besonderes an sich, Peach Girl hat einen Humor, der mir eigentlich gefällt, obwohl mich dieses, ähm, ja, wie soll ich sagen, ich nenne es sich nicht GZSZ-mäßige, äh, eigentlich, obwohl mir sowas eigentlich gefällt, zumindestens in Mangaform, ähm, hat es mich da damals eher gestört, noch, heute stört es mich nicht mehr, heute finde ich sowas gut, ich mag so GZSZ in Mangaform, da sind Jojos Beste drin, aber, ja, so viel mal dazu, davon habe ich jetzt hier 18 Bände, es geht in 18 Bänden abgeschlossen, es gibt noch ein Sequel, beziehungsweise ein Spin-Off, aber sowieso eine Side-Story mit einer anderen Protagonistin da drin, es gibt, es sind aber nur zwei Bände oder so noch dazu, also sind es quasi 20, könnte man so sagen, ähm, werde ich mir auch da noch holen, Sai oder so heißt es, und, ähm, ich bin im Moment bei, äh, ich glaube Band 6, nee, oranges Gesicht war es nicht, das war es genau, ja, oh Gott, das sieht so falsch aus, ähm, für mich, aber es ist wirklich witzig und es macht irgendwie Spaß, den Manga zu lesen, man möchte auch echt weiter, da ist es so, die Frau in mir bricht bei Peach Girl aus, muss man dazu sagen, aber, äh, es ist echt cool, Peach Girl war super, Peach Girl war echt super, so, machen wir jetzt mal kurz weg, zur Seite, einhändig, because ice kill, äh, so, 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 okay, jetzt wird's, jetzt wird's interessant, so, mach dich erstmal da hin, und hoffentlich ist, wenn ich da jetzt, äh, rausmach, keine Spinnen, ich hasse Spinnen, so, Dothack, das ist meine Dothack Reihe, da ist im Grunde alles drin, was mit Dothack zu tun hat, ich hab ja mal vor gehabt, einen, äh, Dothack Podcast zu machen, aber, der kommt wirklich dann erst, wenn ich Dothack in seiner Gänze erlebt habe, und zwar der originalen Reihenfolge, wie es zeitlich gedacht ist, ja, da werde ich von, da werde ich teilweise von Kapitel, von, äh, von zum Beispiel Dothack Cell, äh, rüberspringen in eine Side Story, in einem Game, und werde dann wieder die Seiten, äh, die, äh, das weiterlesen, dann werde ich eine OVA dazu schauen, dann werde ich wieder ein paar Kapitel lesen, und so weiter und so fort, so kann das natürlich, äh, passieren, und, ähm, aber alles ist miteinander verwoben, und das ist cool, das Einzige, was ein bisschen, äh, problematisch ist, dass, äh, manche Sachen nicht, äh, eben, äh, also manche Sachen einfach nur so eine Art, äh, ja, was wäre, wenn, wäre zum Beispiel Dothack, Dothack, XXXX, ist halt, ähm, quasi, quasi, ähm, das Spiel, das allererste Dothack-Spiel, äh, die Reihe, die 4, ähm, allerdings, allerdings, äh, ist das Problem, da das Spiel ein, kommt, ein leicht anderes Story, und auch ein anderes Ende hat, äh, demnach, ist der, die sind die zwei Bände zu von Dothack, äh, Quad-Triple-X, wie man das nennt, ähm, eher nicht in der Reihenfolge, aber gut, dazu kann ich ja dann eigentlich dezent auch mal, äh, dazu kommen, wenn wir den Podcast dann machen, ich hoffe, ein paar von euch interessiert ist, denn ich liebe Dothack, ich hab bemerkt, dass ich diese, diese Sachen wie, äh, Sword Art Online und, äh, Lock Horizon, so diese, Anime eigentlich ziemlich geil finde, und, ähm, aber ich bin im Herzen immer noch ganz weit oben für mich in dieser Reihe, ist immer noch Dothack, so, dann kann man mal kurz schauen, was haben wir denn hier, auf jeden Fall haben wir hier Dothack GU, beziehungsweise Grown Up Plus, vor allem, das, daran erkennt man, dass es nicht Grown Up ist, also GU, äh, das Spiel, sondern Plus, der Manga, der Zusatz, und auch beim, bei hier, soll irgendwie sein, dass, ähm, ja, dass der Zusatz irgendwie halt nicht so ganz Zusatz ist, sondern teilweise stimmt, und teilweise auch irgendwie wieder keinen Sinn macht, also, keine Ahnung, warum man sowas macht. Ja, und ich hab mir, glaub ich, in meinem ganzen Leben, glaub ich, den fünften Band zweimal geholt, ich bin so dumm manchmal. So, dann, äh, haben wir hier Dothack, ähm, Legend of the Twilight, das ist dieses mit den eher kindlicheren Charakteren, aber oh boy, oh boy wird es düster gegen Ende, also auch richtig krass irgendwie, was, wo man zumindest nicht erwartet. Nichts mega brutal, aber irgendwie von der Thematik her schon krass. Hier haben wir Dothack Quadruple X, nenn ich das jetzt einfach mal, aber es hat alles Spaß gemacht zu lesen, also, auch, 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 wenn vielleicht vieles eigentlich nicht so, ähm, der Sinn macht, dann, aber egal. Etwas, was ich noch nicht gelesen hab, hier, auf jeden Fall, ist Dothack Alcor, das ist ein One-Shot, und, ähm, ja, spielt halt auch in der, ich glaub, spielt schon in der neueren, ähm, World, also, World ist da quasi so eine, ähm, das Spiel, ja, das Spiel heißt The World, ähm, hier haben wir die, ja, die sind jetzt wieder, das ist so super, ne, hier haben wir die Light Novels, Dothack Cell, Band 1, äh, meine Nase juckt, Dothack Cell, Band 2, äh, Licht, ist ja schon cool aus, ne, manchmal, äh, ach, man erkennt hier so, ey, ich glaub, wer den kennt, äh, der weiß ungefähr, in welcher Zeit das spielt, Dothack Cell, äh, so, Entschuldigung, äh, dann haben wir noch andere Sachen, wie zum Beispiel, ich glaube, das ist ein, was, deutsch, ja, das ist jetzt wieder eine deutsche, äh, Light Novel hier, und zwar Dothack AI, boah, Entschuldigung, ah, Dothack, 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 Dothack AI Buster, genau, richtig, von, was war's denn, äh, Carlson, genau, die haben das rausgebracht, die haben nämlich auch dann auch den zweiten Teil rausgebracht, von AI Buster, das hat auch wieder so eine ganz böse, böse, böse Sache, mit den, mit den, äh, mit der künstlichen Intelligenz dort, inwiefern werte ich das als Leben, und so weiter, also, sowas liebe ich ja immer, dann haben wir hier, äh, Another Birth, die Reihe, auch auf deutsch, und zwar komplett, Band 1, Band 2, Band 3, und Band 4, jo, das wär's mal soweit, ich räume jetzt den ganzen Kram hier wieder ein, und, äh, dann, äh, ja, dann kommt's wirklich nur noch zum Manga, halt. Vielen Dank.